Vor einiger Zeit haben wir Ihnen hierbei immer wieder sonntags einen Opa präsentiert, der mit seinem Enkel Musik gemacht hat und das hat Ihnen, werte Zuschauer, zu Hause allen sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja auch was Schönes, wenn man in der Familie Musik macht. Herzlich Willkommen, ja. Überhaupt noch, wenn der Opa mit seinem Enkel, also quasi wenn ein halbes oder ein ganzes Menschenleben dazwischen liegt, dann ist es noch umso schöner. Wir haben uns auf die Suche gemacht und wir waren fündig, wenn der Opa mit dem Enkel musiziert. Also wir freuen uns heute wieder auf einen Opa. Herzlich Willkommen, der Toni und der Enkel Luca. Herzlich Willkommen bei immer wieder sonntags. Danke. Hallo, Toni, grüß dich. Hallo, Luca, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr kommt genau wo her, Toni? Aus Oberösterreich, aus dem schönen Kremstal, aus Wartberg an der Krems. Das ist 40 Kilometer südlich von Linz. Siehste, da haben wir aber jetzt wieder was dazugehört. So, da haben wir den Luca. Der Luca, wie jung bist du denn? Ich bin 11 Jahre alt. Und der Opa ist? 69. Junge 69. Aha. Also liegen zwischen euch nach Adam Riese 58 Jahre? Ja, dürfte stimmen. Wie kommt man denn dazu? Logischerweise, es liegt ja auf der Hand, dass man dann, wenn man einen musikalischen Enkel hat, aber wie kam es denn dazu, dass ihr miteinander Musik macht? Hättest du ja auch mit deinem Sohn machen können, sage ich jetzt mal. Der Luca hat immer schon als Kleiner mit mir gerne musiziert. Er ist bei mir am Schoß gesessen, beim Klavier, beim Keyboard, mit der Gitarre. Er hat getanzt, mitgesungen und das hat sich so ergeben. Mit sechs Jahren wollte er dann unbedingt die steirische Harmonika lernen. Und so ist das Ganze einfach entstanden, entwickelt. Wunderbar. Gibt es was Schöneres? Wenn der Opa mit dem Enkel, Luca, da bist du schon stolz auf den Opa, oder? Ja. Ja, sehr. Und auch umgekehrt. Natürlich, sehr. Sehr, sehr musikalisch. Ja, ist ja auch der bessere Musiker. Ach so, siehst du? Kannst du schon wieder was drauf geben hier? Darfst du dich schon streicheln auf der Schulter. Also, was hören wir denn heute? Ich glaube, Toni, das hast du komponiert. Und zwar, einen fetzigen Börischen, den hat mein Opa für mich geschrieben, der heißt, ich spiel so gern Harmonika. Was auch stimmt. Sauber. Der Luca und der Toni. Ich spiel so gern Harmonika. Und zwar, die Sie schon gern. Und zwar, die Sie schon gern. So, siehst du nicht richtig gut? Und dann, wie auch so genießt. Ich spiel an Arbeitsmarkt tollen, die sieben. Ich bin schon mal bis auf sieben. In der Potschung ist der Kahn, es wird los, oder so, der Potschung. Musik Ich bin ein ganz neuer Junge, denn ich kaufe mir an, Du musst nur nur setzen, du nimmst mir ja, Du lernst das Leben, kommst denn ja. Du musst immer lernen, du abwäschst. Das Ghetto hab kein Chur, hab nix, Du gehst das Fussball nimmer, Glück doch nur nie mehr Harmonika weg. Und dann spür ich der Harmonika, und rühst mir plötzlich nicht mehr Spaß. Und du gehst mir richtig kurz, du brauchst mir auch zu gäh, wenn du flirst. Ich spür ein Haus und soll dem Bett. Es wird schneller und es wird fit in der Barschung. Es wird los, oder es wird los. Wenn der Opa mit dem Enkel, der Opa Doni mit dem Enkel, der Luca, da wurde alles gesagt. Ist das nicht was Schönes, wenn in der Familie Musik gemacht wird? Danke, danke, danke für euren Besuch. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Oberösterreich. Das ist nochmal euer Applaus für Doni und Luca. Vielen Dank.